herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei Wettbewerb Gamble ich spiele heute wieder mich ein und ich werde Wettbewerb spielen so wie meistens viel Spaß okay die erste Runde geht los 5 gegen 5 das ist schön das ist und wir jeden wir uns wir wir und wir am wir 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 Okay. Ach, ich kriege keinen Tod. Ich bin aber nur schwer verletzt, aber sterbe nicht. Oh yeah, ein Kill. Yeah, zwei Kill, drei. Drei Kill ist gut, freut mich. Nimm ich jetzt den zweiten, der übrigens jetzt... Achso, ich habe letzte Woche geändert. Weil ich hatte am Samstag eine Quest mit CISU-Raketen. Okay. 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 Das war halt vorgeragt. Ich hatte am Samstag eine Quest mit CISU-Raketen, deswegen habe ich den hier dazu gefügt und alles geändert. Was? Ok, nice Runde. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen gleich in der zweiten Runde weiter. Schauen wir uns nur noch schnell die Ergebnisse hier an. Auf welchen Platz war ich? Zweiter. Zweiter, Zweiter, Zweiter. Bitte, Zweiter. Ja, Zweiter. Gut, dann bis gleich. Ok, die nächste Runde geht los. Wir sind jetzt bei denen hier angekommen. Ich brauche, habe ich das gemacht? Ich brauche Deckung. Was? Warum schießt er nicht? Ah. Jetzt. Ich brauche. Ja. Ich brauche. Ich brauche. Ich brauche. Aber wenn ich ein kurities stehe. Ich brauche. Ich brauche. Ich brauche. nachladen da muss einer da ist einer nein komm nicht hierher ach hinter mir war einer jetzt kommt die artillerie wieder ja wieder getroffen aber nicht gekillt wie oft ich das immer habe dass ich nur bis minimal auf dem leben da unterschieße ja ja einen Kühl Yeah, noch einen Kühl Da wieder Hat noch ein bisschen eben gehabt, die Sau Naja, jetzt ist er aber tot Uh, wir verlieren 3, 2, 1 Ah, verloren Okay Oh Na schal N, 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 N N, N, N N Der Oma hat auf mich geschossen. Ja, okay, okay. Ich glaube, ich müsse den Starken wieder nehmen, aber ob ich das noch schaffe in den letzten paar Sekunden? Er, zwei, eins. Da war ich einen Tickel zu langsam. Oh ne, das haben wir verloren, schade, kein Problem, heute ist alles gut, alles gut, oh wenn ich verliere. Wie sieht's aus, wieder level up, ok, zweiter wieder, ich bin heute der Vize Red Dog, gut, dann würde ich mal sagen, ist ja nächste Runde. Okidoki, ich seh grad, dass hier meine Kamera ein bisschen klitscht, aber das machst du ja sowieso immer, nur mal mehr, mal weniger, und heute ist wieder ein bisschen mehr. Oh, die Hälfte an ihm geschossen. Oh, die Hälfte an ihm geschossen. Ich dachte, ich kriege beide tot. Leider nicht. Äh, Dopamin. Ich brauche einen Heiler, oh, nicht mehr. Jetzt brauche ich keinen Heiler mehr. Go, go. Bei dem war ich voll stehen geblieben. Geh, du geh. Geh, du geh. Geh, du geh. Okay. 3, 2, 1, go. Jawohl. Erstrunde. Dann kommt jetzt der hier. Der kleine Süße. Juhu. Boom. Macht das Spaß. Schieß auf den A. Halt dann halt nicht. Jetzt sind wir bei den A gekommen. gasp. Okay. Und jetzt. Let's go. It must slice a boom. ha 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 wo schießt sich hin ok doch noch getroffen 2 e aber jetzt bin ich der erste es bin ich mir das weiter das ist doch nicht der ewige nicht der ewige gut dann würde ich mir sagen das war es auch schon für heute schon so kurz das ergebnis an die belohnung der erste ja ich bin erster zum schluss erster geworden gut das war dankeschön für zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr euch dabei nicht so sehr viel spaß und auf wiedersehen tschüss 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 tschüss